Hallo, mein Name ist Christian Aft. Ich arbeite für M.J. Größt und bin zuständig für den Vertrieb für Südamerika. Heute sind wir auf der Expo NOAA 2022 in Antofagasta, Chile und ich werde euch jetzt kurz zeigen, was wir hier so machen und wieso wir hier sind und was wir von dieser Messe erwarten. Die Expo NOAA ist eine der wichtigsten Bergbaumessen in Lateinamerika und wir sind hier, um uns der Industrie vorzustellen. Wir haben einen Stand entworfen, der theoretisch eine Bergbaumühle einrüstet, um der Industrie unsere Kapazitäten und Anwendungsmöglichkeiten zu zeigen. Wir wollten aber auch einen Stand haben, der gemütlich ist, damit sich unsere Kunden, während sie bei uns sind, wohlfühlen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich bedanke mich herzlich und schicke viele Grüße aus der Atacama-Wüste nach Deutschland. Dankeschön.